Imani, komm her! Weißt du, was wir heute machen werden? Los! Was denn? Was machen wir heute? Autobahn! Ja Leute, ihr habt richtig gehört! Imani und ich fahren heute alleine Auto! Mama fährt heute Auto! Yeah! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I like to move it, move it! You like to move it! I like to move it, 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 move it! Warte! Aufsehen! Ups! Ja! Anstrahlen ist sehr wichtig! Mama! Hallo Imani, wie geht's? Gut, ja? Auch gut! Imani, ich bin sehr aufgeregt! Ich bin sehr aufgeregt! Du bist auch aufgeregt! Mach ich das gut? Ja! Ich bin sehr aufgeregt! Ich bin sehr aufgeregt! Ja! Imani, sind wir beste Freunde? Ja! Sind wir für immer beste Freunde? Ja! Für immer, immer, immer und ewig? Für immer, immer und ewig! Für immer ist ewig! Imani, was gehen wir jetzt kaufen? Bubbus. Bubbus und? Kakao. Bubbus und Kakao, das hat sich Imani gewünscht. Kuckuck. 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 Immer wenn wir hier sind, geht es zu den Katzen. Was hast du gesehen, Imani? Was hast du gesehen? Ich habe Biene Maja und Imani. Alles ist uninteressant geworden. Imani will Biene Maja. Okay Leute, ich habe Biene Maja und Imani. Jetzt gehen wir einen Kakao trinken. Die da. Leute, die Biene Maja ist schwer. Liebst du Biene Maja? Ja. Zweimal Kakao mit Hafermehl und ein Croissant. Leute, wir haben unser Kakao und Biene Maja ist auch da. Leute, falls ihr euch fragt, wo Nada ist. Nada hat die Woche Training mit den Profis. Teilweise zweimal. Deswegen ist er leider nicht dabei. Yeah. Imani hatte gerade einen richtig schönen Mittagsschlaf. Hast du gut geschlafen? Ja. Dann bin ich froh. Baba ist jetzt beim Training und ich habe mir gedacht, dass wir für Baba ein schönes Bild malen können. Ja. Willst du? Ja. Wir malen ihnen das schönste, 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 schönste Bild, okay? Ja. Okay, Imani, was brauchen wir? Blätter. Blätter und was noch? Doppel. Okay, warte genau hier, okay? Ja. Hier haben wir erstmal Blätter und jetzt zählen noch die? Doppel. Okay. Okay, Imani, was wollen wir Baba malen? Ein Schmetterling. Ein Schmetterling? Okay, dann lass ein Schmetterling malen. Was ist das für eine Farbe nochmal? Blau. Blau. Ja, ich male ein Schmetterling. Ein Baba. Für Baba. Okay, den Schmetterling haben wir schon mal. Was noch? Baki. Blau? Mit Blau wieder? Oder lieber eine andere Farbe? Wieder eine andere Farbe. Okay, dann gib mir mal die andere Farbe. Welche soll ich jetzt benutzen? Schwarz. Schwarz. Die kleine Baki haben wir jetzt auch. Aber Imani, du musst auch etwas raufmalen. Das ist doch ein Bild von uns für Baba. Das ist sehr schön. Was ist das? Mit ein Baba. Ich weiß, dass das für Baba ist. Aber was ist das? Herz. Ein Herz? Oh Mann, das ist so schön geworden. Für Baba. Willkommen in Imanis Welt. Imani hat dieses Wohnzimmer übernommen. Überall liegen ihre Sachen. Baba Jungs. Baba Jungs. Wir lieben diese Wohnung, aber wir werden hier bald nicht mehr leben. Wir haben den Mietvertrag gekündigt und haben uns schon eine neue Wohnung gesucht. In zwei Monaten ziehen wir hier aus. Wir haben sehr schöne Erinnerungen an diese Wohnung und wir werden diese Wohnung hier nie vergessen. Ey, was hast du denn da cooles an? Trikot. Trikot? Trikot. Was steht jetzt auf deinem Plan? Ballons. Ballons? Trikot. Okay, jetzt hat sie sich versteckt. Wo ist Imani? Imani, ich kann dich gar nicht sehen. Wo bist du? Hallo. Luisa und ich haben uns kennengelernt. Wir waren immer zu zweit. Überleg mal, Luisa. Wir waren immer alleine und jetzt einfach noch jemand dabei. Wir mussten sie nicht so kennenlernen draußen und so, sondern sie war einfach da. Sie ist eine von uns, weißt du? Und bald sind wir zu viert. Und dann noch sieben Kinder, da sind wir elf, dann können wir eine Fußballmannschaft gründen. What's going on here? Ey, Imani, nicht den Reifen anfassen. Guck mal, deine Hände werden deikisch. Oh, no. Nein, Imani, guck mal deine Hand. Die andere. Oh, no. Hat dir das Fahrrad gefallen? Ja. Soll ich eins kaufen? Ja. Hast du Geld? Im Auto. Im Auto ist das Geld? Nein, 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 nein. Ich hab das Geld. Ich hab Geld. Komm. Aber wie viel Geld brauchen wir ungefähr? Eins, zwei, sechs, acht, neun, zehn. Zehn Euro? Ah. Leute, ich hab eine Idee. Imani denkt doch, ich gehe ein Fahrrad kaufen. Der Plan ist so. Ich gehe jetzt in ein Kostümladen und kaufe mir eine Maske. Eine bisschen gruselige Maske. Nicht zu gruselig. Ich weiß noch nicht welche. Aber wir gehen die jetzt erstmal besorgen. Einmal bitte mitkommen. Leute, ich gucke, dass es nicht zu gruselig ist. Deshalb, ich glaube, ich entscheide mich für ein Tier. Weil hier, die sind zu gruselig. Gibt euch. Die Frage ist, welches Tier will ich sein? Ich glaube, ich nehme die Ziege hier. Ich habe mich für die Ziege entschieden. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich habe die Maske und ich habe Imanis Fahrrad. Okay, das ist kein Fahrrad, das ist ein Laufrad. Luisa? Keiner da. Jetzt rufe ich Sie an. Ja. Ja, Luisa. Luisa, ich stehe ein bisschen im Stau, ja? Ich höre das, wenn ich im Stau sitze. Hör auf FaceTime. Ich muss jetzt so tun, als wenn ich im Auto sitze. Ich habe jetzt das Bild geschickt, dass ich dann gehe, ich im Auto sitze. It's me, Mario. Was ist denn für ein komisches Foto, was du mir geschickt hast? Warum glaubst du mir nicht? Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Fahr mal, fahr. Was ist das, China, ja? Was ist jetzt? Was? Was wolltest du? Ich schwöre. Luisa, warum soll ich lügen? Luisa, warte mal. Jemand ist vor mir. Der will nicht fahren. Fahr. Luisa, ich gebe es zu, ich habe gelogen. Ich wollte dich pranken. Aber jetzt musst du mir helfen, weil jetzt pranken wir Imani. Weil du weißt es jetzt, sie aber nicht. Gib mir mal Imani kurz. Imani, komm, Baba will mit dir reden. Baba. Ja, Imani. Komm. Nein, komm du. Ich bin im Stau, Imani, im Auto. Guck, vor mir ist jemand, ich muss kurz hupen. Okay? Ja. Glaubst du mir, dass ich im Stau stehe? Ja. Geh mal nach Hause, ich komme dann nach, okay? Ich habe dir ein Fahrrad gekauft. Sie legt einfach auf. Komm rein in einer Minute. In einer Minute. Genau in einer Minute. Nein. Auuu! Der Prank war komisch, Leute. Hat nicht so funktioniert. Egal. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Obe! Hast du schon gesehen? Da oben ist das Fahrrad! Eine Überraschung? Let's go! Bist du bereit? Ja! Sie ist zu klein? Bist du noch zu klein? Ja. Imani ist zu klein. Imani ist zu klein? Oh, no! Jetzt... Mit wem redest du? Mit Freunden. Freunde, die auch Handys haben? Ist doch klar. Wie alt seid ihr, dass ihr Handys habt? Wir sind neun, zwölf und zehn. In eurem Alter hatte ich kein Handy. Ich hatte nicht mal Geld, mir ein Wassereis zu kaufen. Ist Nada gerade neben dir, Mila? Ja. Ich bin Nada. Ach so, okay. Hallo Nada. Seid ihr aus Milas alte Schule? Ja. Vermisst ihr Mila? Ja. 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 Sehr. Sie vermisst euch auch. Sie erzählt immer von euch. Ich vermisse euch wirklich sehr. Ich auch. Wenn ihr gemeinsam was machen wollt, macht es untereinander aus. Ich bezahle das für euch, ja? Nein. Doch! Dann könnt ihr richtig viel Spaß haben auf meinen Nacken. Okay, klärt das untereinander, okay? Ich geb euch wieder Mila. Danke. Bhabus Aua. Ihr habt richtig gehört. Guckt euch meine Nase an. Oh, No. Joanna, wer hat mir dieses Aua gemacht? Mani. Warum hast du das getan? Egal. Ist nicht egal, das hat weh getan. Zurück, papa. Kein Problem, ich verzeihe dir. Ich weiß, es war nicht mit Absicht. Leute, ich wollte Imani essen. Stellt euch mal vor, jemand will euch essen. Sie hat sich nur selbst verteidigt. Stimmt. Wir gehen mit Imani in ein Restaurant. Leute, ich habe so Hunger. Ich habe das Gefühl, ich küpp gleich um. Mayday, Mayday. Baby und Luisa haben Hunger. Du bist das erste Mal dabei, wenn wir essen gehen. Wie fühlst du dich? Groß. Groß? Wir müssen jetzt aussuchen, was wir essen wollen. Hast du Hühnersuppe? Ja, Suppe. Ja, ich wollte B... Imani, was willst du essen? Pommes! Pommes! Und wenn sie nicht gestorben sind, nehmen wir noch heute. Er hat eingeschlafen. Ewa.